Was ist das wunderschöne Pareto-Prinzip? Alles andere ist eben sehr mühevolle Arbeit und sehr viel Kleinarbeit und sehr sehr aufwendig. Aus meiner Sicht ist es beim Präsentieren ähnlich. 80% der Wirkung sind eben, bist du selbst, das heißt dein Style, deine persönliche Note, deine Leidenschaft, dein Herz, dein Humor, dein Feuer, deine Flexibilität, dein Spaß, dein Wille, all das was du hast, all deine Stärken, all deine Ressourcen, das macht 80% aus, 80%. Das andere ist Feinschliff, Methodik, auf was muss ich genau achten, was ist noch wichtig, wie schaue ich die Leute an. Aber das ist nachher wirklich ein Feinschliff, der nochmal ein Quäntchen mehr aus euch rausholt. Ich stelle euch gleich ein paar Methoden vor, die euch unterstützen, Präsentationen oder Vorträge erfolgreicher zu machen. Viel, viel, viel wichtiger, da könnte ich jetzt mehrere Stunden drüber sprechen mit euch, ist eben zu schauen, achte auf dich, sei du selbst, sei authentisch, gib das Beste aus dir. Genau, strahle, hab eine gute Ausstrahlung und nutze einfach die ganzen Stärken, sei dir der Stärken bewusst und nutze sie, spiele sie aus. Das ist mehr als die halbe Biete. 80% für den Erfolg, aus meiner Sicht. 80%. Das ist tierisch viel mehr. Das reicht ganz oft schon. Das reicht. Und für die anderen 20% habe ich gleich ein paar Infos, ein paar Tools für euch, die euch da nochmal ein bisschen helfen, einen guten Rahmen zu haben, einen Leitfaden zu haben, wie ich eine Präsentation leite, was dabei wichtig ist. Auch Einsatz von Stimme und so weiter. Das kann man trainieren. Wann gehe ich mit der Stimme hoch, wann gehe ich mit der Stimme runter. Auch das macht wieder 1-2% aus. Aber immer dann, wenn es antrainiert ist, wirkt es nicht. Der Kunde, der Zuhörer merkt, dass es affektiert, dass es angelernt ist. Lass es. Trainiere es irgendwann und dann nutze es, wenn es zu dir passt. Aber nicht technisch sein, das funktioniert nicht. Sei einfach authentisch, du selbst. Ich glaube, die Übersicht kennen fast alle von euch. Also wenn wir uns die Wirkung von Kommunikation anschauen, jetzt geht es ein bisschen in die Tools, die ich euch vorstelle. Also wer es noch nicht kennt, sagt eben, dass die Wirkung der Kommunikation ist so aufgeteilt, 55% ist Körpersprache, das heißt, wie stehe ich da, wie sitze ich vor euch, bewege ich mich oder bin ich ganz steif, habe die Hände irgendwie hoch. Wie ist meine Mimik, bin ich eher eingefroren, habe ich eine Stirnfalte oder wie auch immer. 38% macht die Stimme aus, die Stimmfarbe etc. Und nur 7% sind Inhalt. Also eine sehr, sehr gute Idee, sich eben auch mit Körpersprache und Stimme zu beschäftigen und nicht eben einen Text auswendig zu lernen oder vorzuschreiben, den ich nachher abspreche, sondern einfach vielmehr darauf zu achten, wie bin ich, wie sitze ich, wie reagiere ich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Schultern hängen lasse und Kopf runter habe und dann mit einer weinladlichen Stimme mit euch sprechen würde, dann so ein bisschen traurig bin, dann wirkt das anders, als wenn ich euch anschaue, wenn ich hier so ein bisschen Dynamik, Bewegung habe. Auch wenn ich vielleicht der Einzige bin, der sich hier gerade bewegt und rumtanzt, dann wirkt das anders, als wenn ich das anders. Oder wenn ich die ganze Zeit so rumsitze und rumwackele und ganz viel schnelle Bewegung mache, dann könnte das auch verrückt werden. Also da ein gutes Maß zu finden, was gut ist für euch. Genau. Quelle in dem Fall. Also schaut es gerne mal nach. Das ist eine ganz spannende, sehr, sehr alte Studie. Es gibt gar keine echten, aktuellen Studien, wie das bestätigen oder widerlegen. Merkt euch ganz grob, das ist immer das, was ich sage, merkt euch ganz grob 80-20. 80 Prozent nonverbal, 20 Prozent verbal. Also die Studie, wenn man sich die Seite anguckt, ist halt speziell auf ein Thema gemünzt. In Stresssituationen, unter bestimmten Umständen. Merkt euch, 80-20 reicht vollkommen. Also Körpersprache wichtiger als der Inhalt. Das heißt, strahlst du, bist du gut drauf, bringst du es gut rüber, hast du eine tolle Präsentation, hast du zwar einen sachlich tollen Vortrag, der aber brutal langweilig ist. Schade. Alles für die Katzen. Das ist oft der Grund, warum ganz schlaue Professoren zum Beispiel, die ganz viel Information haben, das Publikum ist aber gelangweilt. Die Zuhörer denken, oh Gott, wie nervig ist das denn? Interessiert mich nicht, berührt mich nicht. Was super schade ist. Dann hast du andere Leute, totale Flachpfeifen, aber machen eine geile Show, haben Pyro-Effekte, haben tolle Videos, haben animierte PowerPoint-Slides, wo so Feuer ist zwischendurch, was toll aussieht, aber eigentlich haben sie nichts auf dem Kasten. Aber die Leute sagen, geil, toller Typ, super. Und da ist eine gute Idee, einen Mittelweg zu finden. Also stark auf Körpersprache zu achten, ein bisschen Stimme zu achten und dann klappt der Rest von ganz allein. Und da ist ein bisschen Stimme zu achten, ein bisschen Stimme zu achten.